Guten Abend liebe Leute, gleiche Stelle anderer Informationen und zwar habe ich heute mal geguckt, wann habe ich eigentlich Zeit die nächsten Tage, denn ich werde noch so ein bisschen Turniere machen und sowas und habe mir dann überlegt, ja wie mache ich das am besten und ich werde jetzt mal wieder so eine Abfrage machen, wer wann Zeit hat, die Abfrage findet ihr unten in der Beschreibung und ich werde sie auch auf dem Discord posten und so weiter, gebt die gerne auch an andere Leute weiter, wenn ihr davon hört und denkt, oh der hat vielleicht auch Lust, dann schreibt das auch gerne weiter. Die Abfrage funktioniert folgendermaßen, ich habe die Termine reingepackt, wo ich vielleicht bis sehr wahrscheinlich Zeit habe zu casten und auch Lust logischerweise, denn Lust habe ich eigentlich immer, aber Zeit ne, das ist einmal Freitag, Freitagabend, dann Samstagabend, Samstagabend und dann Dienstag und Mittwochabend jeweils habe ich so ein paar Slots reingebaut und wer da Zeit hat, der kann sich gerne eintragen, ihr müsst eintragen euren Namen, euer MMR, den Nefest Link als ja Proof, quasi dahinter und dann eben, ja an welchen Zeitpunkten ihr Zeit habt und dann gucke ich halt durch, okay, zu welchen Zeiten haben die Leute einfach, also haben eine sinnvolle Menge an ungefähr gleichsteigenden Leuten Zeit, das heißt, das kann jetzt sein, dass wir am Ende eine Gruppe haben, die irgendwo zwischen 3500 und 4000 MMR ist und das kann sein, dass wir eine 5000 plus MMR Lobby oder sowas da rauskriegen, je nachdem, vielleicht auch an verschiedenen Terminen, verschiedene Sachen und ja, was für mich wichtig ist bei der Eingabe ist, dass ihr das MMR bitte vierstellig eingibt, also gebt das bitte exakt ein, schreibt nicht, wenn ihr 4200 seid, schreibt da nicht 4.2, das zerstört das ganze System, dann muss ich alles manuell bearbeiten, das wäre Quatsch. Also bitte einfach vier Zahlen, ja, ihr habt 4.217 MMR oder 3.113, ist mir vollkommen egal, aber es wäre sehr, sehr gut, wenn ihr einfach vier Zahlen eingebt und nicht irgendwelche Spirenzien da macht, das wäre mir sehr lieb und darüber würde ich mich sehr freuen und dann können wir gute Theorie zusammenspielen. Und dann war es das auch für heute, denn so viel mehr habe ich nicht erzählt, ich habe eben immerhin kurz gestreamt und ich werde jetzt nochmal eine Stunde, anderthalb anmachen, also ja, vielleicht sehen wir uns ja gleich wieder, ansonsten einen schönen Abend, haut rein.